servus miteinander so kinders wir wollten den punkt hier einnehmen und dann den hier die kollegas hier weg machen vielleicht steigt ja dann die loyalität hier ein kompliziertes wort das kriege ich glaube ich auch nicht mehr raus warten bis nacht wird und dann marschieren wir da ein ist ja gar kein problem wir wissen dass sie hier sind will ich ja wohl hoffen dass sie ich habe gerade was gehört wieso hast du denn keine waffe wo ist deine waffe fuck wird die vergessen okay dann bleibst du hier wo ist deine waffe will ich fahrkack eiern was habe ich denn da wieder verbockt für ein mist du hast du hast eine waffe okay du hast auch eine waffe okay aber komm noch muni so nein du bist dahin dich wollte ich haben machen wir uns auf den weg schauen wir uns erstmal darum nein schauen wir uns erstmal darum was ist denn heute los hier okay hier ist keiner auf der großen wiese hier vielleicht das gute ist es hört noch niemand was sind wahrscheinlich hier irgendwie fünf sechs sieben stück oder so da haben wir doch schon mal ein da haben wir doch schon mal ein da haben wir doch schon mal ein auf wiedersehen ja wer mache diese geräusche wir müssen uns haugen auf maldnacht wer mache diese geräusche es ist feind wir angreifen müssen ok ein bisschen mehr schaden gut auch falscher knopf ja ja sind immer noch hier ich Ja komm, wo seid ihr? Wo seid ihr denn? Dummdi dummdi dumm Kommt raus, wo auch immer ihr seid Das ist bestimmt hier drin, oder? Wir haben Gesellschaft Tödlich, absolut tödlich Wir haben gar was zu erledigen Etwas schleicht hier rum Wer denn, wo denn, was denn? Zeit, den Müll rauszubringen Bingo! Da ist was Ja Denk daran Es ist immer noch einer übrig Ich hab gerade was gehört War das vielleicht der? Ja, das kommt hin Na komm, wo seid ihr? Wo bist du? Letzter Mann hier Hier drinnen vielleicht? Wo sind sie? Ah, sowas ist immer echt nervig Immer den scheiß letzten Mann finden hier Äh, ja Keine Ahnung Wo könnte der sein? Ihr habt keine Waffen Ihr bleibt da Du kannst nicht mehr Da Oh, ich dachte schon Habt ihr sich von den Häusern verstecken? Ich wünschte, ich könnte Aber ich kann nicht Was kannst du eigentlich? Okay Hier ist auch keiner Damit ich weiß, wo die sind Aber Aber I don't know Wo hab ich denn jetzt Dimitri? Den aus den Augen verloren Da ist er Wo hab ich denn jetzt? Da Da ist er Hier ist auch keiner Hä, wo sind die denn? Aber sind doch alle Hier sind noch welche Okay Och, Meno Wo sind sie? Die bad boys sind hier Machen wir ihnen ein bisschen die Hülle heiß. Was's up? Wir müssen unsere Augen offen halten nach denen, die noch übrig sind. Ist das vielleicht der letzte? Wer weiß. Es ist feind. Wir angreifen müssen. Ja, der wusste wohl. Dynamo. Tür zu. Tür öffnen, bitte. Oh oh. Oh, ich habe schon mal gehabt. Es ist feind. Wir angreifen müssen. Ah. Mist. Ich bin hier so easy durchgelaufen, ne? Es ist feind. Hä, wieso sieht er mich denn? Wir angreifen müssen. Ah. 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 So sieht er mich? Was ist das? Ah. 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 Es ist fein, wir angreifen müssen. Wie ist es jetzt außenrum hier? Kapier ich nicht. Dynamo geht hier vorbei, da passiert nichts. Die Seite passiert nichts. Ha ha, all right! Ha ha, all right! Ha ha, all right! vergesse ich wusste doch dass sie nicht allzu weit wusste doch dass sie nicht allzu weit ja wusste doch dass sie nicht allzu weit ja 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 ich werde vergessen ich soll wieder vergessen kein Problem der blöde wichser kuckuck ich wusste doch dass sie nicht allzu weit sein konnten ja denkt daran es ist noch mindestens einer übrig so jungs und mädels die bad boys sind hier machen wir ihnen ein bisschen die hole heiß ja so blöder wichser da kommando was ein blöder pisser 5,5,6 hat er nehmen wir die nehmen wir die erstmal mit den Kelch müssen wir noch mitnehmen nehmen wir den jetzt schon mit oder auf den rückweg auf den rückweg ok reise beendet ich warte hier ist so ein kleines dorf ne rein theoretisch könnte ich mich jetzt hier schon mal idealerweise verschanzen dann bereiten wir einen kleinen hinterhalt ich bin nur zum plündern hier und ihr bleibt hier ist auch nicht mit das was immer war einfach hier müssten ja die gehen ja immer so im kreis hier richtig die sieben kriegen wir weg hier wo sind sie was für eine reichweite hat das ding denn 24 ja nicht gerade hohe reichweite das will ich mir näher ansehen zeit den müll rauszubringen da ist schon mal einer ja ja he is in your bitch oh nein so so zack ähm wenn er das ding abnimmt trifft er dann besser ich weiß nicht warum ich das einbilde aber anscheinend bin ich ein glückspilz hier sind noch welche ja cool hier sind noch welche hier sind noch welche hier sind noch welche hier sind noch welche hier ist ja gut oh nein oh nein ja 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 das hätte echt ins auge gehen können aber anscheinend bin ich ein glückspilz glückspilz ja ich weiß gar nicht warum ich so wenig aktionspilz habe bingo oh nein das hätte echt ins auge gehen können aber anscheinend bin ich ein glückspilz oh nein ja bingo das hätte ich halt vieren ja aber ja ja das geht ja oh nein ja das ist der jetzt muss er noch zu holen Boah! Ah! Drei Euro? Bingo! Ja, denkt daran! Es ist noch mindestens eine Ü... Das ging ja bis jetzt eigentlich nicht. Ich bin verdammt sicher, man, dass ich was gehört hab. Zeit, den Müll rauszubringen. Hier sind noch welche. Oh nein! Ja! Oh nein! Ja! Ja! Oh nein! Oh nein! Hab dich! Oh nein! Ja! Ja! Hab dich! Das war's. Keiner mehr übrig zum Töten. Das will ich mir näher ansehen. Hier ist irgendwas. Was? So, dann verratest du dich mal. Haben wir das auch? Ja, guck mal. Haben wir beides innerhalb von einer Folge erledigt? Nicht schlecht, Herr Schlecht. Nee, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ach so, dann verratest du das. Dann muss ich hier umschauen. Dann machen wir die. Spannend ist das. So. Haben wir die erledigt. Jetzt holen wir uns den Keich. Ich hab die Reiser hinter mir, du. Dude. Wer hat denn hier noch Platz im Winter? Eis hat noch Platz. Eis, Eis, Eis. Eis, Eis, Eis. Ah, ja. Um. Okay. So. 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 Egal. Sehr gut. Sehr gut. Kein ich ... das Glück. Wunderprächtig. So. Und ich würd sagen, den Keich geben wir in der nächsten Folge ab. Äh. Vielen Dank fürs Zuschauen und ... Ja, wir sehen uns. Bis bald. Ciao.